so meine freunde willkommen zurück zu alter des ist diversity 2 ist es und zwar im parcours mit dem riva genau das ist doch eine scheiße du warst du warst ganz oben ja magst du jetzt einen keks haben dass ich ganz oben war oder was nein ich wollte nur noch mal sicher gehen dass das alter des darf doch nicht wahr sein aber ich sag's euch gleich das dauert nicht lang da muss ich kurz ein päuschle machen weil zwischen den parts habe ich jetzt kein päuschle gemacht ja genau meine zigarettenpause auch wenn man das eigentlich nicht so oft erwähnen sollte so und jetzt auf den ok und jetzt auf die plattform da oben ja echt jetzt ja ok und jetzt keine ahnung ich habe es oben nicht auf die plattform drauf geschafft weiss du bist ein junger gott du bist so gut alter jetzt wird es noch heftiger was sind das für jumps geschafft wie raketchen nein nein du musst einmal zurück und dann nach vorne aber eigentlich instant wieder nach vorne drücken oder ja weil du sonst haust du unten gegen ach so also so ich hab's ich habe den knopf gedrückt was ich hab den knopf gedrückt aber wohin wahrscheinlich nach einer comic vor wie so ein bisschen auf dem jahrmarkt ja ich hab das knöpfchen gedrückt was denn jetzt geht's da oben noch irgendwie weiter da kommst du nicht dran vorbei vielleicht ist dann die die challenge fertig und wir müssen einfach nur wieder in den normalen raum war das ein hebel oder ein knopf ein knopf ja egal ich geh mal zurück mal gucken ob es richtig war ach man ich mich ich ich krieg das gerade nicht hin ja ich schätze mal dass es das das richtige war aber jetzt sind hier so ein paar plattformen wieder wo da heißt ein ding rage du bist wieder da ja gut dann komme ich jetzt zurück hier brennt auch das licht dazu müsste erledigt sein alles klar dann brennt überall dann gehen wir doch mal wieder zurück nein ich will doch nicht springen timed und was haben wir noch speed back to top so ok dann machen wir mal rage oder ja machen wir mal rage mir tut ja nicht schon der hals weh ich lass dich ein bisschen wieder das sieht schon nach rage aus man oh ja ach komm echt irgendwas läuft bei den leuten voll schief in ihrem leben das ist kein weiß normal was ist bei euch falsch echt ohne witz wie kann man nur so eine scheiße machen falls ihr jetzt komische geräusche hört das normal jetzt kommt ja ich rock mal kurz ok mach das jetzt man hat voll den decken gewöhnt das wird jetzt ziemlich ungeil es heißt rage man was hast du dir darunter vorgestellt das wird jetzt ziemlich ungeil es heißt rage man was hast du dir darunter vorgestellt dass da ein häschen drin rum läuft das rage heißt oder was so ein bisschen schon oh lol das darf nicht wahr sein ohne witz was ist hier ich habe angst dass ich mein pop schutz anzünd ich glaube das mag ich gleich hey was ist das wirklich? jest Bilder? willie? echt so willie willie? oh mein gott was ist denn das? そうですね ähm ach komm fick dich echt ohne witz was ist das für ein scheiß dreck hier Ey, mach den Scheiß alleine, ich geh irgendwo anders, ey, ich komm nicht mehr raus hier, das darf nicht wahr sein. Ja, lass mich doch mal los, du Mongo-Arschloch da. Meine Tonspur wird man nachher wahrscheinlich eh nicht mehr hören. Wieso? Ja, weil ich das ganz bestimmt nicht hochladen kann, weil ich nur noch am Fluchen bin. Ne, wie gesagt, ich geh irgendwo anders hin. Okay. Den Scheiß geb ich mir nicht. Na, komm schon. Hä, was ist denn das? Alter. Ich hab 15 Sekunden jetzt noch Zeit, ansonsten werd ich zum Speed geportet. Hä, wegen? Weil du es gestartet hast. Ach, komm. Ach, komm. Kann ich nicht nach oben klangen? Ach komm, nein. Ach komm. Ey. Ne. Alter. Ohne Witz, ich kann mir die Scheiße nicht antun, Markus. Ohne Witz, ich kann mir die Scheiße nicht antun. Was? Ähm. Na, ich hab hier grad ein bisschen... Ähm, ja. Jetzt bin ich wieder unten, jetzt soll ich es nochmal machen. Ja. Wie gesagt, ich kann mir das nicht antun, deshalb Game Mode 1 und ich flieg jetzt zu dir. Na, das ist den Leuten vielleicht ganz langweilig. Heiße. Mach aber grad auch echt Bullshit hier. Ja. 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 Ich vergesse da jedes Mal hochzuspringen. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich, ja. Das kann doch grad echt nicht nur sein. Komm ich da nicht mal mehr hoch. Also. Okay. Das war's für heute. Ja, das ist natürlich jetzt ganz toll, weil ich nämlich nicht mehr weiß, wie man da jetzt rüberkommt. Dann muss ich den Weg jetzt hier gehen. Alter. Oh, da vorne wird es ja noch lustig, sehe ich gerade. Ja. In der Tat, was soll ich jetzt? Oh, sorry, sorry. Wo? Alter. Alter. Ja genau, weißt du? Ja und noch. Okay, kannst du nicht da unten auch lang springen? Ja schon, aber ich finde es da persönlich schwerer, weil du hast über dir die Blöcke, weißt du? Du musst im Prinzip durchlaufen, dann drunter fälschen, nochmal boosten, das geht auch. Ah, okay. Na gut, geht. Hast du recht. Ja, ne, geht nicht. Bei mir geht's nicht. Wie gesagt, ey, ich geb mir die Scheiße jetzt nicht. So, geschafft und jetzt drücken wir noch einmal Knöpfchen. Drücken noch einmal. Drücken noch einmal Knöpfchen. Ja, geschafft. Aber ich sagte gleich, Rage war jetzt nicht unbedingt gleich das Schlimmste. Ja. Da kommt noch Timed, das heißt Zeitdinger. Okay. Und das andere ist Speed, das ist genauso scheiße. Und wenn ich ehrlich bin, werde ich wahrscheinlich jetzt keins von denen mehr machen. Äh, wo bist du jetzt hin? Ähm, warte, ich bin hier. Ja, du kannst ja die Kameraführung machen. Egal welches du nimmst, ist es einfach alles zum Kotzen. Okay. Timed. Okay, also hier. Da, das läuft durch und wenn das durch ist, zack. Oh. Nee, muss ich eigentlich gleich nochmal. Warte. Eins, zwei, drei. Also ich dachte... Hast du das Klöpfchen nicht gedrückt? Ja, ich dachte, dass du drückst, weil du hast gerade eben gedrückt. Warte. Ach, scheiße. Nee, das kannst du nicht mehr packen. So, eins, zwei, drei. Nee, das geht nicht. Der eine Sprung ist behindert, Alter. Das ist ein vierer Sprung. Ja, und wie willst du den machen? Ja. Ja, es geht gar nicht. Es geht einfach nicht. Warte, ich warte nochmal. Na, der vierer Sprung mal wieder. Ja, guck mal, das geht nicht. Madre. Stopp. Okay. Und was haben wir hier? Boah. Nicht so ins Mikro, bitte. Entschuldigung. Alter, das ist übelst laut. Okay. Kannst du drücken? So. Und was haben wir denn hier? Ja. Ja, genau. Läuft das jetzt dauerhaft? Ja. Läuft dauerhaft. Okay. Nee. Nee. Läuft. Nee. Nee. Oh, 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 oh. Boah. Puh. Oh. Sei mir froh, dass du nicht wieder von vorne anfangen musst. So, freundlich. Das wäre Horror. Boah, die war schon prickelnd, ne? Ja, also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel, aber ja, sonst bin ich nur noch am rumschreien. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ich bedanke mich.